Ah, ah, Gott, kann ich jetzt aufhören zu schieben? Ich spüre seine Macht, sie wird stärker. Wir sind da, der Tetra-Tresor. Ja, ja, es sieht ziemlich steinig aus. Gut gemacht, jetzt ist Crushzilla dran. Leg los! Wir haben uns verfahren. Auf keinen Fall. Guck mal, der Reifenstapel sieht neu aus. Folgt mir. Wir fahren im Kreis. Anhalten! Wir sind da dran. Sieh dir die steinigen Reifen an. Das ist derselbe Haufen. Okay, du scheinst ja voll den Plan zu haben. Was sollen wir also tun? Auf jeden Fall nicht einfach kreuz und quer durch den Dschungel düsen. So viel steht fest. Das ist ja wohl kein Plan. Das weiß ich selbst. Er ruhigt euch. Spart euch den Kampf für Skellasaurus auf. Du hast recht. Ich wollte dich nicht anschreien. Kein Ding, Red. Sorry, dass wir uns meinetwegen verfahren haben. Ist schon gut, Kumpel. Hier sieht aber wirklich alles gleich aus. Ich wünschte, wir hätten Bigfoots Karte. Wir brauchen nicht so einen Schnickschnack wie Karten oder... Karten. Alles, was wir brauchen, ist ein Stein. Ich liebe dein Engagement. Aber ich habe keinen Plan, was du meinst. Da! Was ist denn? Ein Stein! Im Kreis zu fahren war genauso schlau. Ein großer Stein am Horizont. Anstatt uns im Kreis zu bewegen, fahren wir einfach direkt drauf zu. Finde einen Orientierungspunkt, der dir den Weg weist. Tolle Idee, Rexy! Da gibt's ein kleines Problem. Die Straßen hier führen nicht geradeaus. Straßen? Dinosaurier brauchen keine Straßen. Zertrümmern und grüllen! Immer schön dranbleiben, ihr lahmen Dinos! Ich weiß ja nicht so recht, Red. Indirekt hinter dir, Mega-Rex! Haha! Oh Mann, ich hoffe, das funktioniert. Oh, wenn dieser giftige Glibber nicht so sehr wie ein Bart aussehen würde, wäre ich voll dabei. Was ist das für ein Haus da vorne? Ein altes Feuerwehrhaus. Wow! Eine Flamme! Wow! Mit nem Gesicht? Was zum? Was? Ein Feuerkobold. Sie werden von der Kraft der Kristalle angezogen. Das ist nicht gut. Hahaha! Dem zeig ich's! Autsch! Das hat bestimmt wehgetan! Hahaha! Jetzt hab ich mir meine Stoßstange zerbeult. Weißt du, was da helfen könnte? Hitze! Ha! Oh! Noch jemand ne andere Idee? Wir bleiben hinter dem Reifenstapel. Hier können wir aber nicht bleiben. Kommt raus! Kommt raus! Wo immer ihr seid! Ich wünschte, Pfeife-Alarm wäre hier. Ihr großer Schlauch wäre jetzt sehr hilfreich. Ich verspreche, dass ich euch nichts tun werde. Ach ja? Und was soll das dann bitte? Das war ja wohl gar nichts. Jetzt kommt raus, bevor ich diesen Reifenstapel in die Luft jage. Das gefällt mir nicht, Leute. Wir haben wohl keine Wahl, wenn wir die Tetrakristalle finden wollen. So ist's gut. Kommt raus, meine kleinen Truckies. Na schön, da wären wir. Hallöchen! Wir wollen dir nichts tun. Wir sind wegen der Tetrakristalle hier. Oh, Tetrakristalle! Sorry, sind alle weg. Oh! Wenn die Kristalle alle weg sind, warum bist du dann noch hier? Du bist hinterhältig! Ich kann dich nicht leiden. Was ist mit mir? Mir kannst du's ruhig sagen. Oh, netter Truck! Netter Trick! Ich sag dir was! Netter Versuch! Du veralberst uns doch nur! Wie ich es tue, wenn ich einfach nur... Oh! Hauen wir ab, Trucks. Das ist langweilig und überhaupt nicht aufregend. Wir können nicht abhauen, Gunky. Bone Shaker zählt auf uns. Ich versteh schon, Futzer. Aber du weißt, wie sehr ich chaotische Situationen hasse. Wir sollten aufgeben und nach Hause fahren und Sparky hier allein lassen. Verstehst du das? Na klar! Du hast recht, Dankst du. Abkappiert. Entschuldige die Störung! Ein schönes Leben noch! Wo fahrt ihr denn hin? Wartet! Wartet! Fahrt nicht weg! Ihr findet sie unten bei der Schlucht! Ich wusste es! Schönes Ding, Gangmeister! Du hast es drauf! Danke für den Hinweis! Oh Mann! Da! Ein Stein! Ja, wir sind da! Wo auch immer da ist! Wow! Du hast es geschafft, Mega Rex! Hier muss der Power Smasher-Kristall versteckt sein. Du meinst versteckt gewesen sein. Er ist weg! Oh! Jemand muss ihn genommen haben. Oder gegessen haben. Wie köstlich. Klingt komisch, wenn du das so sagst. Okay, Gang. Neuer Plan. Wir verfolgen, was auch immer den Kristall genommen hat und holen ihn zurück. Welche Richtung schlagen wir ein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Weniger denken, mehr zertrümmern! Wir haben nicht genug Sprit, um alle Wege auszuprobieren. Nein! Skellosaurus ist nicht der stärkste Dinosaurier der Insel. Was sagst du da, Mega Rex? Zertrümmern und fliegen! Was machst du da? Weniger denken, mehr zertrümmern. Funktioniert ja ganz toll. Zerr! Trümmern und fliegen! Rexie! Komm mal runter! Zertrümmern und brillen, Pfeiferlarm! Zertrümmern und brillen! Du bist zu schnell! Pass auf! Wow! Mega Rex! Alles gut bei dir, Kumpel? Kristallstaub! Die Restenergie des Kristalls beeinflusst ihn irgendwie. Fühlt sich komisch an. Das tritzelt. Brauche mir Anlauf! Ist alles okay bei dir, Mega Rex? Ich fühle mich seltsam. Aber ich kann erkennen, wo wir lang müssen. Echt jetzt? Das ist großartig! Also gut, zeig uns den Weg, du großer Klotz. Du hast es dir vermied. Mit dem Kopf durch die Wand. Holen wir uns diesen Kristall! Wow! Du sagst es. Der mächtigste Kristall von allen. Sieh zu, wie ich seine Macht absorbiere. Power Smasher Kristall! Wir sind auf dem Weg! Hey, was ist mit der Straße passiert? Ihr seid echt durchgeknallt, als ich dachte! Juhu! Juhu! Das ist doch cool! Ich bin so einsam! Oh! Voll lustig! Du hättest uns ruhig warnen können, Sparky. Oh, okay. Aufpassen! Dino-Power! Ja, wirklich gigantisch! So viel Macht! Du bist der Nächste! Ich dachte eigentlich, dass meine Freunde auch was davon abbekommen könnten. Ich bin jetzt ein einziger Freund und ich verleihe dir diese Macht. Hol sie dir! Du hast recht! Bald wirst du unaufhaltsam sein. Wir werden unaufhaltsam sein. Ich werde unbesiegbar werden! Willkommen auf der Gewinnerseite! Bone Shaker gewinnt immer! Drückt auf die Tube, Freunde! Okay, wir schaffen das! Springt so weit ihr könnt! Hier kommt der Grill! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Ja, nein, tun wir nicht! Nochmal! Nochmal! Ich hoffe, die anderen haben mehr Erfolg als wir. Da vorne! Oh, das ist ja riesig! Was auch immer den Kristall gestohlen hat, ist längst wieder abgehauen. Ich kann's kaum erwarten, Skellasaurus so richtig einzuheizen. Skellasaurus hat keine Ahnung, was ihn erwartet! Vielleicht sollten wir ein bisschen auf die Bremse treten, Rex. Auf die Bremse treten! Mega Koko! Ich glaube, unser Freund ist doch nicht abgehauen. Okay, ich trete ein bisschen auf die Bremse! Au! Oh, du traust dich ja was! Legst dich mit meinen Freunden an! Spüre mein Babababum! So sieht's aus! Wäre nicht mein erstes Krokorodeo! Wir schaffen das! Okay, das kannte ich noch nicht! Ich kann keinen Vorsprung erkennen! Ich hab definitiv einen gesehen, bevor wir abgestürzt sind! Da! Da! Seht ihr ihn? Da! Auf der anderen Seite ist auch einer! Na ja, also so wie ich das sehe, ist Willi der Einzige, der sie überqueren kann! Gangster hat recht, Demo-Derby! Auf diesen Vorsprung kann man nur auf einer Seite fahren! Ja, Motor auf der einen und Tiger Shark auf der anderen Seite! Wir werden uns auf den Seiten verteilen und treffen uns dann in der Mitte, wie eine Art Bogen! Aber, äh, wie halten wir zusammen? Seitlich statische Reibungskräfte! Haha, die Worte gibt es gar nicht! Oh, du meinst das ernst? Physik! Crash-Physik! Vertraut mir, ich kenne mich mit Stunts aus! Das wird funktionieren! Okay, dieses Krokodil mag ein Power-Smasher-Raubtier sein, aber wir sind Monster-Trucks! Jetzt wird's heiß! Wer ist dabei? Ich bin dabei! Ich auch! Ich fahr nach links, Rhino-Mite nach rechts! Mega-Rex, du gehst voll durch die Mitte! Rrrr! Kommt schon! Zeit zum Crash! Jetzt wird's heiß! Genau wie Schlammsurfen, oder, Rhino-Mite? Ich nenne das hier die Coco-Crash-Piste, Red! Holen wir uns diesen Kristall! Wow! Rhino-Mite! Mega-Rex! Wir werden den Kristall mitnehmen, um eine alte Festung wiederherzustellen und meine Steintruck-Armee wiederzuerwecken. Abgefahren! Aber zuerst, zeig mir deine neuen Fähigkeiten! Geht klar! Ich denke, Crashzilla hat seinen Zweck erfüllt. Oder etwa nicht? Hä? Er hat deine Freunde hintergangen und eines Tages wird er auch uns hintergehen. Er muss verschwinden! Ich weiß nicht so recht! Mach Crashzilla fertig! Es ist der einzige Weg, um uns zu beschützen. Du hast recht! Wird erledigt, Skellisaurus! Jetzt muss ich mich um andere Dinge kümmern. Tu es nicht, Kumpel! Tu... Tu was nicht? Tu nicht, was getan werden muss, um deine Bestimmung zu erfüllen! Ich werde ihn retten! Du kannst dich nicht mal selbst retten! Sieh genau hin! Wow! Ich... Ich habe es geschafft! Ich habe schon wieder gewonnen! Ha! Lebe schnell und lass es krachen! Was ist los, Wheelie? Das ist geschummelt! Ihr Schummel-Trucks! Ah! Wir sollten uns beeilen! Das sieht nicht gut aus! Los, los, los! Wir sind fast da! Wir haben es geschafft! Kaum zu glauben, dass das geklappt hat! Ich liebe Physik. Ich liebe jemanden Genehn its親so-Hausen! szcz께, medications. Ich liebe was, schumpen! Wir haben, advisor! Battск! Die haben wir schon gerne weg. Ich ו� Kolónen show. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Hab ich von hatteтерес un appar vem! Bis zum nächsten Mal!